Hallo zusammen! Es ist mal wieder soweit. Es gibt ein neues Tesla-Update und ein Update für die Tesla-App. Hier sind erste Hinweise versteckt zu einer möglichen Integration für die Apple Watch und es gibt Informationen zu Spotify und einigen anderen Änderungen. Das schauen wir uns gleich zusammen an. Vorher gibt's wie immer noch den Hinweis auf den Sponsor, der dieses Video möglich macht. Bis gleich! Tesla-Welt wird präsentiert von Shop4Tesla. Nachhaltiges Zubehör findest du jetzt exakt passend für deinen Tesla mit dem neuen Shop4Tesla-Konfigurator. Und mit Holy habt ihr eine echte Alternative zu ungesunden Softdrinks. Geiler Geschmack mit gutem Gewissen, ohne Blödsinn wie Zucker oder künstliche Aromen. Über die Links in der Beschreibung bekommt ihr Rabatt und ermöglicht es mir, für euch dieses Video zu machen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Mein Name ist David und wir sprechen hier wie immer über Tesla-News. Bevor wir anfangen, erstmal ein großes Dankeschön an Malte, Michael und Damian. Die haben nämlich alle meinen Tesla-Referral-Code benutzt. Vielen Dank an dieser Stelle und Glückwunsch an Helmut, denn der hat inzwischen sein Model Y bekommen. Viel Spaß und gute Fahrt damit und vielen Dank an euch alle. Wer sich vielleicht gerade einen Tesla kauft, der findet meinen Referral-Code unten in der Videobeschreibung. Sprechen wir aber jetzt mal über die Neuigkeiten rund um Tesla. Und hier sind ja in den letzten Tagen sehr viele Rekorde bekannt geworden. Wir haben das siebenmillionste Fahrzeug von Tesla gesehen, das am 22. Oktober gebaut wurde. Dann wurde im Earnings-Bericht bekannt, dass davon drei Millionen Fahrzeuge aus Shanghai stammten. Kurz vorher haben wir gehört, dass eine Million davon in den Export gingen. Und jetzt gibt es einen neuen Rekord. Tesla meldet hier auf X. Das große Zelt hat es weit gebracht. Am 8. Juni 2018, da rollte das erste Model 3 von der General Assembly Line Nummer 4 im Fremont-Werk. Und jetzt, am 9. Oktober 2024, hat genau diese General Assembly Line das einmillionste Model Y gebaut. Ja, herzlichen Glückwunsch an das Tesla-Team in Fremont an dieser Stelle. Eine Million Model Y und das aus dem großen Zelt, das ist schon eine Leistung. Ihr könnt euch erinnern, Tesla hatte damals in großer Not diese General Assembly Line Nummer 4 in einem Zelt gebaut. Dafür wurden sie verlacht und verspottet. Und jetzt, einige Jahre später, läuft hier eben das viermillionste Model Y vom Band. Herzlichen Glückwunsch! Darüber freuen wir uns natürlich und wünschen alles Gute für die nächste Million. Reden wir mal über ein neues Software-Update. Das hat mein Auto heute Morgen bekommen. Es handelt sich um die Version 2024, 38.2. Und hier stand erstmal was Interessantes in den Release Notes. Schaut mal her. Free Spotify steht hier. Spotify lässt sich nun ohne Spotify-Premium-Abo im Tesla-Fahrzeug nutzen. Werbefreie Wiedergabe, Vorschau von Playlists und unbegrenztes Überspringen bleiben Spotify Premium-Mitgliedern vorbehalten. Es erfordert auch die Premium-Konnektivität bei Tesla oder eben eine WLAN-Verbindung. Ja, und die meisten von euch werden sich zurückerinnern. Anfang Oktober gab es eine unschöne Mail von Tesla an uns Besitzer. Dazu muss man wissen, dass Tesla uns bisher einen Premium-Account von Spotify bezahlt hat. Der war inklusive, wenn man die Premium-Konnektivität, also die Internetverbindung, gebucht hatte. Und seit 2012, mit der Einführung des Model S, gab es Spotify in Europa inklusive im Tesla. Das war für viele Leute ein großer Vorteil und Tesla kündigte Anfang Oktober an, dass dies leider jetzt wegfällt. Ich zitiere aus der E-Mail. Ab 1. Dezember 2024 ist das Spotify Premium-Fahrzeugkonto nicht mehr in ihrem Premium-Konnektivitätsabonnement enthalten. Melden Sie sich mit Ihrem persönlichen Spotify-Konto an oder aktualisieren Sie den Zugriff auf das Fahrzeugkonto, indem Sie die Kontoinformationen mit Ihrer persönlichen E-Mail-Adresse aktualisieren. Um das Spotify-Konto des Fahrzeugs beizubehalten, ist das Software-Update 2024 32.4 erforderlich. Ja, und das war erstmal für alle eine sehr traurige oder für manche vielleicht sogar eine ärgerliche Nachricht. Denn es ist immer unschön, wenn etwas wegfällt, was man bisher umsonst bekommen hat. Was hat das jetzt also mit diesem Software-Update auf sich? Nein, ich muss euch gleich enttäuschen. Es heißt nicht, dass wir weiterhin die Premium-Konnektivität unter Spotify im Tesla nutzen können. Ab 1. Dezember 2024 ist da definitiv Schluss. Allerdings, und das ging vorher nicht, kann man jetzt eben Spotify Free im Tesla benutzen. Ich habe das heute Morgen mal gemacht. Ich habe meinen Fahrzeug-Account mit meiner E-Mail-Adresse verbunden. Und siehe da, ich habe ein sogenanntes Premium-Individual-Abo. Das ist im Prinzip der Premium-Account, den mir Tesla im Moment noch bezahlt. Und ich denke, ab 1. Dezember wird das dann automatisch zu einem Free-Spotify-Account mit Werbung und dann eben auch nicht mehr mit der Möglichkeit, unbegrenzt Lieder zu überspringen. Für amerikanische Tesla-Besitzer ist das übrigens ein Novum und ein Fortschritt. Die konnten bisher Spotify Free nicht im Tesla benutzen. Die können sich zumindest darüber freuen. Ich persönlich finde es sehr schade, dass jetzt das wegfällt. Kann aber auch irgendwo Tesla verstehen, dass sie nicht unbegrenzt hier die Premium-Abos für die Kunden bezahlen wollen. Hinzu kommt ja noch, dass inzwischen im Tesla jede Menge andere Music-Apps installiert sind. Ihr habt Apple Music, YouTube Music, Amazon Music und so weiter. Tidal ist mit dabei. Nicht jeder möchte vielleicht Spotify unbedingt nutzen, weil er eh ein Apple Music-Account hat. Vielleicht hat Tesla sich dann einfach auch gefragt, ob es denn den Kunden einen wirklich so großen Mehrwert liefert. Schauen wir uns noch an, was noch in dem Software-Update enthalten war. Es waren kleine, aber feine Änderungen. Zum Beispiel gibt es jetzt die Möglichkeit, individuell abgesenkte Spiegelpositionen in seinem Profil zu speichern. Hier geht es ums Rückwärtsfahren. Bisher senkten sich beim Einlegen des Rückwärtsgangs die Spiegel nach unten, sodass man seine Felgen beobachten kann und damit vielleicht den ein oder anderen Kontakt mit der Bordsteinkante vermeiden konnte. Das lässt sich jetzt individuell einstellen. Und das ist schon ein Fortschritt, denn jeder hat eine andere Sitzposition. Das also tatsächlich ein sinnvolles Feature und vielleicht hat das ja auch den einen oder anderen gestört. Eine gute Sache, wie ich finde. Und dann hat sich noch etwas bei der WLAN-Verbindung geändert. Hier gibt es jetzt nämlich ein Diagnosefenster bei der WLAN-Verbindung. Dazu schreibt Tesla unter andere Updates. Das Diagnosefenster liefert weitere Informationen zu ihrer WLAN-Verbindung sowie Tipps zur Verbesserung der Verbindung. So schaut das Ganze aus. Ihr habt hier also WLAN-Diagnostics. Da seht ihr die SSID, die IP-Adresse, den Channel und so weiter. Ihr seht aber auch die Signalstärke. Eine Download-Speed wird angezeigt. Und der Ping. Zusammengepaart unten mit verschiedenen Tipps, die Tesla dann zur Verbesserung der Verbindung angibt. Ja, coole Sache. Etwas anderes hat sich auch noch geändert. Wenn ihr auf das Software-Menü tippt, dann seht ihr jetzt, welche Hardware ihr im Auto verbaut habt. Das war eine Info, die hat Tesla bisher nicht preisgegeben. Jetzt steht hier zum Beispiel der Hardware-Computer Nummer 3 oder eben die Nummer 4, wenn ihr die Hardware 4 habt. Das jetzt schön übersichtlich direkt unter dem Punkt Software zu finden. Was gibt es noch? Ihr wisst ja, ihr könnt das linke Scrollrad gedrückt halten und dann bekommt ihr eine Reihe von verschiedenen Funktionalitäten. Hier ist eine neue dazugekommen und die ist das Spiegel-Einklappen. Das ist auch ein nettes Feature. Und dann schreibt Tesla auch noch, dass hier verschiedene wichtige Sicherheitskorrekturen und Verbesserungen mit eingeflossen sind, über die sie uns dann hier keine weiteren Infos geben. Das war aber nicht das einzige Update bei Tesla. Es gibt auch ein Update zur Tesla-App. Das wurde schon vor ein paar Tagen bekannt. Im Zuge des Earnings-Calls ist das bei mir ein bisschen unter die Räder geraten, deswegen hole ich es jetzt nach. Der Apple Watch Support, ein Feature, was von vielen Tesla-Fans lange heiß ersehnt war, der scheint wohl jetzt in die App Einzug erhalten zu haben. Bisher konnte man hier eigentlich nur mit Drittanbieter-Apps arbeiten. Und die API von Tesla, die hat auch einige Einschränkungen, sodass sich viele Leute eine offizielle Tesla-App für die Apple Watch gewünscht haben. Elon Musk hatte das ein oder andere Mal schon darüber ein bisschen gesprochen. Jetzt gibt es aber tatsächlich konkrete Hinweise in der App dazu. Ein Bericht dazu kommt von nottertesla-app.com. Die schreiben hier zum Beispiel, dass es drei Neuerungen gibt. Einmal die Apple Watch-Unterstützung, dann sind Hinweise auf Banish aufgetaucht und es gibt eine neue Methode zur Einbindung von neuen FSD-Nutzern. Für uns vielleicht weniger relevant. Sie schreiben dazu, die neueste Version der Tesla-App, Version 4.38, die zeigt, dass man ein Fahrzeug auswählen muss, das dann auf der Apple Watch angezeigt wird. Was darauf hindeutet, dass die Benutzeroberfläche jeweils nur ein Fahrzeug anzeigen wird, was viele Leute sich auch so erwartet haben. Es ist noch unklar, ob die Apple Watch als Fahrzeugschlüssel verwendet werden kann. Allerdings fügt das Tesla-Update 4.38 auch die Möglichkeit hinzu, Offline-Befehle auszuführen, solange man sich nahe genug am Fahrzeug befindet und das Ganze über Bluetooth funktioniert. Und dann spekulieren sie das selbst, wenn die Apple Watch selbst keine Schlüsselfunktionalität bekommt, dann man trotzdem noch über die Benutzeroberfläche das Fahrzeug damit entsperren können sollte. Und dass das eben dann auch funktioniert, wenn man keine Verbindung zum Telefon hat oder eben auch keine Verbindung zum Internet. Ja, das klingt spannend und richtigerweise spekuliert dann der Artikel auch noch, dass dies doch ein tolles Feature für das nächste Weihnachts-Update sein könnte. Da, finde ich, passt das bestens rein. Lassen wir uns überraschen, wann Tesla es dann tatsächlich veröffentlicht. In der App sind auch noch Hinweise auf Banish aufgetaucht. Für euch nochmal zur Erklärung, Banish ist sozusagen das Reverse-Summon-Feature. Also die Möglichkeit, dass ihr euren Tesla wegschickt, dass ihr einfach aussteigt und der Tesla sucht sich dann selbstständig einen Parkplatz. Das ist laut Tesla Roadmap für den Oktober angekündigt und ist zum ersten Mal jetzt auch in die App integriert. Ja, und dann gibt es wohl ein neues Onboarding für neue FSD-Kunden oder vielleicht auch Leute, die FSD zum ersten Mal in einer Testphase ausprobieren. Wir können uns gut vorstellen, dass Tesla hier bestimmte Tutorials anbieten wird, denn für Leute, die noch nie mit der FSD unterwegs waren, ist das vielleicht schon erstmal erschreckend, wenn sich hier das Fahrzeug völlig selbstständig durch den Verkehr bewegt. Das macht also total Sinn. Interessante Updates an dieser Stelle, wie ich finde. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich habe mich heute Morgen wieder tierisch gefreut, dass mein Tesla ein neues Software-Update bekommt. Ich freue mich da auch über so kleine Verbesserungen, wie die Sachen mit den Spiegeln. Das ist einfach ein Teil des Spaß, den man hat, wenn man einen Tesla besitzt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr das empfindet. Und wenn das für euch hier sinnvoll und hilfreich war, dann lasst mir gerne auch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Darüber würde ich mich freuen. Wir sehen und hören uns ganz bald schon wieder. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop for Tesla rein. Ihr bekommt 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte und ihr tragt mit eurem Kauf auch dazu bei, dass ich weiter diese Videos machen kann. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia in der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt.